Hallo Leute, willkommen bei Daphnas Dschungelabenteuer, einem Sims 4 Let's Play. Dies ist Teil 10 und Daphna ist irgendwie voll in den Grillrausch verfallen. Ich habe das jetzt gestoppt, aber sie hat schon wieder angefangen. Mach die mal fertig. Wir stellen das alles in den Kühlschrank. Glücklicherweise haben wir ja einen. Ich mache den mal lieber auf und schiebe das so rein. So. Oh, geht nicht? Wie? Im Ernst? Na gut, dann musst du das in den Kühlschrank legen. Jetzt hat sie genug gekocht für Wochen. So. Weglegen. 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 Und jetzt ist natürlich wieder Abend. Wollen wir am Abend in den Dschungel? Na ja, die Alternative wäre hier an dieser Werkbank werkeln und das ist für euch wahrscheinlich eher langweilig. Aber ich fand das so lustig hier mit dem vielen Grillen, dass ich dachte, okay, das will ich euch nicht vorenthalten. Dann gehen wir mal in den Dschungel. Und nach dieser Folge lasse ich sie dann vielleicht wieder am... Nein, 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 nicht schon wieder grillen, nicht schon wieder grillen. Stopp, stopp, stopp. Sie ist ja total besessen vom Grillen. Ähm, wir fahren zum Dschungel. Dass sie so eine Freude an dem Grill hat, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ja, hier gehen wir hin. Ich hoffe, dass sie dort nicht auch gleich wieder losgrillt. Sim für die Reise wählen. Noch reisen wir alleine. Ja, was können wir im Dschungel machen? Uns vor Gefahren verteidigen. Also das ist für ihr Bestreben nötig. Hier, Reisen. Nach Ausgraben. Warten wir mal. Sie muss ja auch ausgraben. Was muss sie ausgraben? Nö, da muss sie ein mystisches Relikt... Ähm, also ich lasse sie da hindurchreisen. Und dann arbeiten wir uns jetzt durch, bis wir zum Tempel kommen. Zum neuen Tempel. Der dann anders ist. Zumindest angeblich ist er dann anders. Ernte mal die Avocados. Und dann reiste sie hier hindurch. Na, sie ist auf jeden Fall glücklich, weil sie in der Natur ist. Das ist gut. Gut, das habe ich doch gerade noch richtig ausgewählt, dass sie die Natur wählt. Ich glaube, als sie erwachsen ist, da wusste ich noch nicht, dass ich Daphna hier in den Dschungel schicke. Das ist also Zufall, dass sie hier das richtige Merkmal gekriegt hat. Daphna, wo bleibst du? Ah, sie müsste jetzt schon in der Nähe der Wasserfälle sein. Okay, ich lasse sie jetzt auf dem Weg zum Tempel nix ausgraben. Im Tempelbereich finden wir schon noch genug zum Ausgraben. So, ja. Ja, du kannst ein bisschen schneller joggen. Okay, sehr gut. Jetzt, wo ist der Tempelzugang? Das ist, glaube ich, der hier. Ja, da muss ich jetzt wieder mit den Händen frei machen. Hat sie bessere Gartenfähigkeit? Level 3? Besser als vorher. Ja, sie ist noch ganz kokett. Okay. Ah ja, irgendwie. Also, das macht sie glücklich. Plus 2? Ja, da ist sie schon... So schnell ging das jetzt? Ich bin ja erstaunt. Und kommt jetzt... Ja, hier kommt eine Frage. Wir lassen es auf sich beruhen. Daphne ist traurig, dass die wertvollen Momente ihres Abenteuers nun verloren sind. Oh, sie hat Fotos verloren. Zum Tempelreisen, ja. Aber ich habe das Ganze ja gefilmt, dann ist es nicht so schlimm. Zur Not kann ich ihr das dann mal wieder zeigen. Ja, jetzt sind wir beim Tempel. Was machen ihre Bedürfnisse? Geht noch. Dann gehen wir jetzt gleich mal in den Tempel rein. So. Okay. Ich stoppe das erst mal, damit für sie nicht so viel Zeit vergeht, während ich gucke. Hier könnte sie direkt ausgraben. Aber das machen wir bei Gelegenheit. Erst mal gucken... Oh! Oh! Na, das ist ja cool hier. Geh mal da rein. Davon habe ich schon gehört. Hier ist jetzt eine Bar und Musik. Lauter Radios. Jede Menge. Hier Radios, da und da. Braucht sie Spaß? Ein bisschen schon. Dann lasse ich sie hier einfach mal ein bisschen tanzen. Einschalten. Wo ist der Latinpop? Wenn schon, denn schon. Latinpop. Und dann soll sie hier diesen Rumba-Sim tanzen. Dann kann man Partys feiern. Ja. Na, das machst du doch schick. Und ich mache ein Screenshot. Naja, das sieht jetzt gerade ein bisschen bescheuert aus, aber... So, ich lasse sie mal weiter tanzen. Ja! 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 Uhlala! Uhlala! Na, das ist doch prima. Wie sie sich so verbiegt. Da werden irgendwie verschiedene Tanzstile miteinander vermischt. Und es ist dann halt Rumba-Sim. Ja, das gefällt dir nicht, wa? Ja. 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 Tempel aufgefüllt. Na, das ist doch prima. Das ist eine angenehme Tempel-Speicherung. Zumindest bis jetzt. Weil der Tempel ist jetzt ja anders als beim letzten Mal. Aber ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Hier kann sie die kleinen mal graben. Und lasse ich sie das auch ausgraben. Ach ja, eine Ausgrabungsstätte kann sie jetzt anlegen. Und dafür lasse ich sie das andere Bestreben anschalten. Denn da muss sie sowas irgendwie machen. Ja. Dreimal Ausgrabungsstätte anlegen. Und ich lasse sie das Ganze mal etwas flotter machen. So. Ja. Sehr gut. Und jetzt kann man hier noch besser ausgraben. Man könnte hier jetzt auch mit mehreren ausgraben. Aber sie ist ja momentan noch alleine. Und ich weiß nicht, was der sonstige Vorteil dieser Ausgrabungsstätten ist. Vielleicht findet man da dann auch tollere Sachen oder so. Wenn man da so ein Kästchen drum gemacht hat. Aha. Sie hat eine nicht authentifizierte Statue gefunden. Und gräbt jetzt gleich weiter. Ah, vielleicht verbraucht sich die Ausgrabungsstätte auch nicht so schnell. Das ist doch praktisch. Jetzt hat sie gleich Level 7. Gut. Ich denke mal, so lange lasse ich sie jetzt hier gerade noch dran arbeiten. Dann kriegt sie auch bald wieder Hunger. Dass die Bedürfnisse hier immer so schnell in den Keller rauschen. Wahrscheinlich, weil ich bei diesen Untersuchungen und so, das lasse ich dann immer schnell machen. Was willst du hier alles tun? Ach, schon wieder alle Bedürfnisse. Hey, die erste Stufe, die geben wir uns jetzt hier noch. Komm, komm wieder runter. So. Und wenn du das geschafft hast, dann darfst du essen und schlafen. Einverstanden. Gut. So, kurze Pause. Nicht mit allen Auslösern. Ähm, ja. Sie könnte die Waffe des mittleren Kämpfers ziehen. Das könnten wir ja mal probieren. Oder ich lasse sie erst mal dieses hier untersuchen. Oh, da kann man hier unten was sehen. Aha. Ja, den kann sie auch untersuchen. Ich lasse die Sicherheitshalber mal den untersuchen. Womöglich heißt es dann, ja, hier ist ein sicherer Zugang. Und das wäre dann ja blöd, wenn wir sie einem Risiko aussetzen. Ja, ja. Hier hat sie was gefunden. Für Tempelgefahren verantwortlich machen. Ja, stimmt ja auch, nicht wahr? Schimpfen. Jawoll. Prima. Dann gehen wir hier mal. So. Da runter. Da ist dann schon die nächste Gefahr. Geh mal da hin. Was haben wir denn hier? Das hier? Da kommt man jetzt noch nicht hin. Oder doch? Nee. Und hier ist jetzt... Ah, hier sind diese Dinger. Ja, ein Skelett und diese beiden. Da ist jetzt ja nicht viel Platz. Aber ich denke mal, es reicht, um ein Zelt aufzubauen und vorher was zu essen. Dafür ist genug Platz da. Und wahrscheinlich muss sie dann rausrennen aufs Klo. Oder habe ich ihr die Stahlblase gekauft? Das kann man hier feststellen. Ja, die habe ich ihr schon gekauft. Gut. Das ist dann natürlich sehr gut mit Stahlblase. Dann platziere das mal in Welt. Und jetzt kannst du was essen. Und zwar ein Müsli. Und stopp. Dann trinkst du auch gleichzeitig noch was. Nämlich eine Milch. Dann stillt das auch den größeren Hunger. Und danach bauen wir ihr Zelt auf. Und während sie isst, können wir mal gucken. Ein Alexandrit hat sie gefunden. Das sollten wir jetzt nicht verkaufen, weil sie das vielleicht braucht, um das Relikt zusammenzusetzen. Ja. Wir haben jetzt auch noch über 2000 Simuleons. Da kommt sie erst mal mit hin. Und diese ganzen Sachen sollten wir erst mal authentifizieren. Und dann sind die wahrscheinlich wertvoller. So. Oh, und wir haben ihren kleinen Alien-Wal nicht angeguckt. Okay. Der Hunger ist jetzt ziemlich gestillt. Dann stell dich mal hier hin. Und wo ist das Zelt? Und baue dein Zelt auf. Jawohl. Und da kannst du jetzt versuchen, dich da rein zu quetschen. Und zu schlafen. Jawohl. Aha. Jenny ruft an. Ein Zirkus. Hey, wir sind im Tempel, im Dschungel-Abenteuer. Ja. Ja, wenn sie erst mal ausgeschlafen ist, dann hat sie wieder Hunger. Und dann ist sie auch wieder dreckig. Aber das haben wir ja alles dabei. Okay. Okay, gut. Jetzt kannst du dir hier wieder noch ein Müsli und ein Getränk dazu. Nimmst du diesmal in Saft. Und wenn du damit fertig bist, dann packst du dein Zelt ein. Dann kannst du noch duschen. Und das alles zacki-zacki. So. Sehr gut. Das klappt doch hervorragend. Dann kannst du dieses hier auch einpacken. Und dann kannst du die Dusche auspacken. Ich finde das sehr praktisch, dass man die Sachen auch im Zelt aufbauen kann. Ähm, toll. Im Tempel meine ich natürlich, dass man die Zelt und Dusche und so im Tempel aufbauen kann. So, in Inventar platzieren. Gut. Dann können wir jetzt ja hier mal zur Untersuchung schreien. Außer sozial ist bei ihr alles jetzt in bester Ordnung. Untersucht das mal. Nee, nee, nee. Nicht abhauen. Ah, sie will wieder tanzen. Ähm, nicht mit allen Auslösern. Mal gucken. Zwei stehen zur Wahl. Dann fragen wir hier nochmal. Untersuchen. Bestimmt, wenn sie dann gleich wieder zum Tanzen gehen. So. Und, was hast du rausgefunden? Oh, ja prima. Du hast ja super Glück. Dann muss sie selbstsicher sein. Okay. Das kriegen wir hin. Ist das die Ego-Beere? Selbstvertrauen? Jawohl. Ess mal eine Ego-Beere. Ich hoffe, die macht es stärker als... Ja, ich denke schon. Sehr gut. Dann kannst du das mit Selbstsicherheit auf die Platte treten. Yes. Sie wird da schon deutlich besser. Ja, prima. Dann kannst du hier gleich mal eine Ausgrabungsstätte anlegen. Und hier ist ein Schatz. Hurra, hurra. Ist noch nicht der Endschatz, aber immerhin. Und noch eine Ausgrabungsstätte. Ah ja, sie soll ja drei anlegen. Gut. Das grabben wir jetzt nicht aus, sondern öffne mal die Schatztruhe. Und dann machst du die nächste Ausgrabungsstätte. Ja, was hat sie denn gefunden? Also, Simuleons, Abenteuerausrüstung und ein mystisches Relikt. So. Oh, hier. Eine Reliktbasis. Das ist sehr nützlich. Weil davon hatte sie bisher erst eins. Und was für eine Abenteuerausrüstung. Und das Geld war jetzt überschaubar. Auf jeden Fall hat es was gebracht. Gut. Dann legst du noch die nächste Ausgrabungsstätte an. Ausgrabungsstätte anlegen. Und hier kann man die Skelette befragen. Und dieses Ding. Und was ist das da? Kann man da einfach so lang gehen? Mal gucken. Das ist einfach ein Raum. Ein grauer Raum. Und hier. Auch ein grauer Raum. Vielleicht kriegen die noch Farbe, wenn sie das nächste Tor aufgemacht hat. Oh, sie hat jetzt 500 Pünktchen dazu gewonnen. Jetzt hat sie fast 2000. Da gucken wir dann später mal, was sie mit diesen nächsten 2000 sich dann kaufen kann. So an Bedürfnisumgehung. Aber erstmal gehen wir hier durchs nächste Tor. Und wenn das Soziale ganz schlimm wird, dann rufen wir Jenny an. Wie gut, dass man hier im Tempel immer Handy empfangen hat. Okay. Verflixt. Das Tor lässt sich mit keinem dieser Auslöser öffnen. Okay, dann muss es einer von diesen hier sein. Untersuchen. Wahrscheinlich. Außer ich habe so eine Falle übersehen. Ah, soll sie hier nicht... Okay, warte mal. Mit dem anderen bestreben soll sie Fallen. Irgendwas mit Fallen machen. Dschungelforscherin. Ah, vor zwei Naturgefahren verteidigen. Gut. Gut, das ist, wenn wir wieder draußen sind. Okay. Nicht mit allen Auslösern. Gut. Naja, probiere mal die Waffe des rechten Kriegers zu ziehen. Na, das sieht doch gut aus. Da freut sie sich aber. Ja. Dann geh mal hier rein. Diese Ausgrabungsstätte brauchst du jetzt eigentlich nicht öffnen. Ähm. Hier hingehen. Oh, hat sie ein... ...ein Skelett kennengelernt. Wo ist denn das? Hätte sie sich unterhalten können. Gut. Auf dem Rückweg können wir ja vielleicht noch mal die Ausgrabungsstätten dann ausplündern. Das ist hier nichts zum Anklicken. Ah, jetzt sieht man hier drinnen was. Und eben war das noch grau. Und hier ist jetzt wieder der super Endschatz. Ja, das ging jetzt aber schnell hier mit dem zweiten Tempeldurchgang. Aber sie braucht, glaube ich, für ihr eines Bestreben auch acht solche Schätze oder sowas. Oder fünf. Also wir müssen da sowieso immer wieder durch diesen Tempel durch. In immer wieder anderen Varianten. Sehr gut. Boah, sie hat 3.400 Simuleons dazu gekriegt. Okay. Und was hat sie sonst gekriegt? Ich stopp das mal kurz. Noch eine. Die Sensenmann Reliktbasis. Sehr unheimlich. Und hier ist ein Frosch für 9.000 Simuleons. Das braucht sie jetzt aber auch nicht verkaufen, weil sie hier ja auch Geld gekriegt hat. Und das ist lukrativ. Das ist sehr lukrativ hier, diese Tempelplünderei. Dann mache ich hier mal eine Ausgrabungsstätte. Okay, wir machen das jetzt so. Ich lasse sie jetzt diese Ausgrabungsstätten alle absuchen. Also zumindest in jeder Ausgrabungsstätte eine Sache finden. Denn die scheinen mir irgendwie ergiebiger zu sein als ohne das Kästle drumherum. Und dann kümmere ich mich um ihre Bedürfnisse. Und dann fange ich mit der nächsten Folge an. Weil das ist ja jetzt eigentlich für euch langweilig, wenn sie hier dann die ganze Zeit nur gräbt und gräbt und gräbt. Okay. Was ich gerade überlege. Vielleicht lasse ich sie auch ein paar Relikte authentisieren, bevor ich wieder anfange, weil das ist ja auch relativ langweilig. Und dann zeige ich euch, was sie alles gefunden und authentisiert hat und so. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.